Moin sehr ihr Füchser da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder rechts und jetzt zurück zu Spyro 3 Year of the Dragon. Im letzten Part haben wir uns hier in dieses, ja, was sagen wir denn, ägyptische Grab hineinbegeben und wurden sofort bezüchtigt. Wir würden jetzt hier versuchen das Grab auszurauben, aber das gelingt uns nur dann, wenn wir ein Rätsel bestehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sieht ungut aus, wir müssen da wahrscheinlich irgendwie durch, aber so wirklich jetzt den Plan, wie wir da am besten durchkommen, keine Ahnung. Deswegen einfach mal machen und das Beste hoffen. Oh, naja, es hat ja fast gut funktioniert. Okay, da sind halt noch ein paar, oh, es hat aufgehört. Oh, oh. So cool, das erinnert euch das auch ein bisschen an den Todesberg? So ein bisschen, oder? Let's go. Oh, oh. Manchmal muss man auch mal was riskieren. So eine habe ich, glaube ich, zurückgelassen. Ihr wisst, dass wir das nicht tun können. Okay, er ist weg. Ah, das sind so Explosionsdinger. Na, gut. Ein Glück, dass wir da nochmal weg sind. Okay, die Tür ist da hinten. Okay. Oh, wie soll ich denn auf ihn schießen, wenn ich so lange brauche zum Ziel? Oh, okay, geschafft. Hey, der wird's gar nicht. Man merkt, ich bin ein bisschen gestresst, oder? Ich komme nicht richtig zu kommentieren, weil es stressig. Boing. Das ist das erste Level, das mich mal echt so ein bisschen stresst. Christine. Hi, Christine. Oh. Oh Gott. Du hast eine sehr männliche Stimme dafür, dass du Christine heißt und auch eine süße Schleife hast. Aber, ja, ne, jedem, das sag ich dir so. Oh. Warte, ich komme gleich nochmal wieder. So, komm, wirf nochmal. Na los. Versuch's doch. Zerknallt. Ist immer ein bisschen gruselig, wie sein Kopf uns entgegenfliegt, oder? Das ist schon nicht so angenehm. Okay, let's go. Rücken kurz in den Schalter und geben alles. Nix, mein Freund. Alter, was ist denn hier los? Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja schrecklich. Uhuhu. Okay, ganz entspannt. Wir bleiben ganz entspannt, ja? So. Hier, wirf mal bitte wieder so ein Explosionsding nach mir. Na, komm. Hui. Ausweichen. Einsammeln. So, bis hier hinten kann der, glaube ich, nicht werfen. Das heißt, da haben wir nämlich jetzt Ruhe und können ganz entspannt... Oh, wir können auch nicht so weit werfen. Blöd. Oh, nein. Ich wollte das doch aufsammeln. Oh, geil. Bom, zack, lötat. Okay. Dann heilen wir uns erstmal. Zack. Und dann geht's weiter. Knopf drücken. Zur Tür hechten. Okay, soweit so gut. Oh, what the fuck. Okay, hi. Mann, süße Geräusche. Tut mir schon fast leid. Das war nicht meine Absicht. Den hätte ich lieber aufgehoben. Aber naja, man steckt nicht drin, ne? So, mal gucken, was wir hier für eine geheime Aufgabe haben. Okay. Ist das gut, oder was? Die erste Runde des jährlichen Hovercraft-Zerstörungswettbewerbs fängt gleich an. Es kann noch ein Teilnehmer mitmachen. Aber erst musst du das Rätsel lösen, um dich zu qualifizieren. Okay. Dies ist das Rätsel. Wenn ein Drache ein Ei in zwölf Jahren legt, wie lange brauchen hundert Drachen, um hundert Eier zu legen? Ich würde sagen, zwölf Jahre. Ganz schön beeindruckend. Deine Antwort ist richtig. Viel Glück beim Hovercraft-Zerstörungswettbewerb. Ich bin schon ganz schön schlau. Benutze die Kreistaste, um geradeaus zu schießen. Das ist lustig, dass da kein Symbol für Kreis ist, sondern das Kreis ausgeschrieben ist. Benutze die Viereck-Taste. Hier ist jetzt ein Symbol. Für einen hohen Schuss. Halte L1 R1 gedrückt, um zu schießen, während du dich bewegst. Okay. Oh, kacke. Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Yay, we did it. Das war wirklich ein harter Kampf. Nimm bitte diesen Preis an, für den Gewinn der ersten Runde. Nice. Gib mir mal so ein Ei. MG. Okay. MG kommt aus dem Ei raus und jongliert sofort. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht, ne? Jetzt darfst du an der Meisterschaftsrunde teilnehmen. Dies ist jedoch ein extrem gefährlicher Sport. Darf ich vorschlagen, dass du aufhörst, solange du noch in einem Stück bist? Ach, lass mich doch mal versuchen, ne? Her damit. Mensch, Mensch. Was für ein tapferes Reptil du bist. Aber du brauchst mehr als nur Mut, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ja, auch noch Glück. Ja, dann, Mann. Los, würde ich sagen. Oh, die müssen wir 10 fertig machen. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Ja, die sind jetzt etwas krasser drauf. Oh, scheiße. Okay, die sind echt ein bisschen krasser drauf. Die sind wesentlich krasser drauf. Lass mal noch einmal versuchen. Ja, la, 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 la. Die schießen immer mit ihren hohen Dinger. Das ist aber auch fies, ey. Wie kann ich keine hohen Schüsse machen? Ach, Viereck war das. Scheiße. Ich hab die ganze Zeit den falschen Knopf gedrückt. Das war natürlich ein bisschen so. Wir sollten das nochmal angehen. Wir sollten das nochmal angehen. Ja, ist gut, ist gut. Ich versuch's nochmal. Ich bin wirklich so gespannt, wie das nachher alles in der Reignited ist. Wie das aussehen wird. Wie sich das steuern wird. Wie der Schwierigkeitsgrad ist. Weil man muss ja sagen, einfach ist das jetzt nicht. Wuh, scheiße. Oh, kacke. Oh, oh. Hier werden wir echt schon ein bisschen geraped. Ich glaube, die Meisterschaft werden wir auch gleich erstmal beenden. Und wir nehmen uns auch das erstmal auf. Man muss ja auch ein bisschen, ein bisschen was sich für die, äh, für die späteren Momente aufheben. Sag ich ja, Spyro hat auch nicht so unbedingt Bock drauf. Wir lassen's erstmal und gucken, ob wir's vielleicht später zwangsweise machen müssen. Ja, weiß ich doch. Aber ich würde jetzt doch erstmal mich aus dem Staub machen. Ach, nur gut, hatte dich deinen Platz frei, falls du's dir anders überlegst. Sag ich, hängen wir schon davon ab, wie viel Eier wir nachher brauchen. Man muss ja nicht jedes Ei holen, ne? Wir wollen ja, wie gesagt, auch nur noch einmal eben das Spiel soweit durchspielen. Oh, jetzt ist der wieder da. Bis die Reignited dann da ist. Das ist ja primär jetzt hier der Plan. Dass wir zumindest halt einmal alle Level gesehen haben, damit man einen schönen Vergleich nahe hat, wie sie's verändert hat halt, ne? Und weil ich einfach nochmal Bock hatte. Oh, scheiße. Verkackt. Hallo. Oh, der Affe wieder. Oh je. Moin, bin ich durch, oder was? Wie ich sehe, hast du die Prüfungen der Katakomben überlebt. Jetzt wollen wir mal testen, ob dein Geist so schnell ist wie deine Füße. Erinnerst du dich an das Rätsel? Geht so, ne? Irgendwas mit so einem Gefäß. Ich bin ein Gefäß ohne Scharniere, Deckel oder Schloss. Aber trotzdem ist ein goldener Schatz in meinem Schoß. Was bin ich? Ein Knochen. Ein Ei. Natürlich ist es ein Ei. Ein Bandicoot. Ein Ei. Kanntest du das schon? Ich hätte nie gedacht, dass du das rauskriegst. Aber gut, versprochen ist versprochen. Und wird niemals gebrochen. Du kannst das Wachenei haben, das ich vor der Zauberin versteckt habe. Dankeschön. Reich mal rüber hier. Will. Tsch. Ja, moin Will. Und tschüss Will. Ich habe siebentausend Jahre auf jemanden gewartet, der dieses Rätsel löst. Jetzt kann ich endlich zum Muschelstrand und ein Pack Knochen vergraben. Ja, ich wünsche dir viel Spaß, ne? Zum Muschelstrand. Ein paar Knochen verüßert nicht süß. Das Gefühl, wir brauchen doch keine 100. Ähm. 100 Eier nur. Das wird zu wenig sein. Au, ich wollte doch nur an dir vorbeirennen, Mann. Wir müssen erstmal gerade gucken, dass wir unseren Sparks wieder ein bisschen auffreppeln. Eigentlich wollte ich ihn hier noch platt machen. Und es hat auch nun mal, ja. Rubine, Edelstein. Ach, das gibt es doch nicht. Läuft bei mir nicht. Es läuft bei mir. Bei ihm läuft es bei mir nicht. So, das habe ich nur davon. Ist zwar Sparks komplett runtergemeddelt, aber ich habe ihn auch geschafft. Was mir absolut wert. So, nur den Affen. Das war ja auch anstrengend. Der Affe ist, äh, schon... Jo. Agent 9. Der Hunde mit den komischen Hüten hat einen Fluch auf mich gelegt. Nur weil ich ihm ein paar Mal in den Hintern geschossen habe. Ich habe gesagt, er hätte meinen Schwanz in eine Schlange verwandelt. Sieht das wie eine Schlange aus? Es fühlt sich auch etwas komisch an. Wenn ich so drüber nachdenke. Junge, Junge. Der Hund. Der muss dafür bezahlen. Ja, dann mal los, ne? Er ist aggro. Mach den Affen nicht aggro. Hinter dieser Tür liegen die fünf tödlichen Prüfungen von König Rova. Noch nie hat jemand alle fünf überlebt. Sie sind sogar so gefährlich, dass ich dich erst durch die erste Tür lassen kann, wenn du mein Rätsel löst. Mhm. Dann mal los. Hier ist das Rätsel. Ich folge dir überall hin. Aber je mehr du von mir nimmst, desto mehr lässt du zurück. Gestank. Schatten. Ich hätte Schatten gesagt. Zeit. Riesene... Fußabdrücke. Fußabdrücke wäre möglich. Mensch, du bist ganz schön clever für jemanden mit so wenig Sinn für Modus. Du darfst die erste Prüfung versuchen. Das war nicht nett, ne? Ja, dann lass mich mal, ne? D-d-d-d-d-d-d. Erstmal schieße ich ihm nochmal wieder. Ha, ha, ha. Ah, ich darf jetzt erst. Oh, die schießen zurück. Aber ich hatte keinen Sparks mehr. Schade. Versuchen wir noch einmal. Oh, ich muss es jedes Mal machen, ist ja fürchterlich. Die, 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 die. So ist nochmal. Mist, wenn ich treffen würde, wäre es ja gar nicht so schlecht. Ah, ich muss besser treffen. Was ist denn da noch eine? Ah, ne, die erste Prüfung haben wir geschafft. Sparks fast im Arsch. Cool. Ah, what the fuck? Ah, da kommt noch mehr aus diesen Dingern raus. Okay. Verdammt. Ah, Mist. So knapp war es. Oh Gott, wenn das fünf Stück sind, muss ich jetzt wieder bei der ersten Prüfung anfangen, oder was? Oh, what the fuck? Ich muss bei der ersten Prüfung wieder anfangen. Das ist ja abartig. Wie soll ich das denn schaffen? Okay. Oh, Mann. Fußabdrücke bitte. Danke. Das ist ja abartig. Okay, erste Prüfung schon mal ohne Schaden überstanden. War doch gar nicht so schlecht. Nächste Prüfung. Diesmal auch gleich auf die Töpfe los. Das ist cool. Die prallen von der Wand ab. Das ist ja geil. Haha, das ist ja geil. Man muss einfach die Wand mit nutzen, dann läuft das. Das war gar nicht so schlecht. So, nächste Prüfung, oder haben wir erstmal Zwischenstopp? Ne, kein Zwischenstopp. Ach du meine Güte. Jetzt sind hier auch die Leute mit den... Auf. Einfach umherlaufen und hoffen. So, nächste Prüfung auch geschafft, würde ich sagen. Die Kammer, der 5. Das waren jetzt schon 3. Dann kommt jetzt die 4. Ja, es wird immer schlimmer. Hei, jei, jei. Au, au, au. Das Gute ist ja, dass Sparks sich gerade erholt hat. Erstmal, hauer. Erstmal alles kaputt hauen und jetzt geht's los. So. Es können keine Gegner mehr nachkommen, die nerven. Jetzt kann es eigentlich nur noch gut werden. Einfach machen. Das klappt schon. Wo ist noch einer? Da, das war knapp. So. Das dürfte jetzt der letzte Raum sein. Okay. Oh, das sind auch die Explosionswerfteile. Oh, fuck. Immer in Bewegung bleiben. Einfach immer in Bewegung bleiben. Okay, einfach in Bewegung bleiben. Erstmal alles kaputt machen, wo Sachen rauskommen. Au. Dann kann es ja eigentlich entspannt bleiben. Oh, oh. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, noch fünf Stück. Vier Stück. Wie krieg ich denn die Dicken kaputt? Oh, warte. Da haben wir doch noch so eine andere... ...Waffe. Nee. Wie krieg ich denn die Dicken jetzt kaputt? Ich hab ja keine Granaten oder sowas. Ich hab' das aufsammeln, das Scheiß-Denk. Na los. Okay, klappt. Na wirf. Na wirf. Okay, einen noch. Du musst das aufregend, oder? Wuhu. Gib her das Scheiß-Ding, oh. Werfen. Oh, oh, oh. Jawoll. Nice. Damit haben wir es geschafft. Das war wirklich nicht so ohne, ey. Meine Güte. Meine Güte. Roxy. Roxy. Hi, Roxy. Hier, Sparks. Direkt Futter. Kannst du so wegschnappulieren eigentlich? Das wäre jetzt cool gewesen, wenn Sparks sich das Ding einfach noch neigeschürt hätte. Das hätte das jetzt noch abgerundet, muss man sagen. Nee, das hätte das jetzt noch abgerundet. So. Damit haben wir das auch. Und dann müssen wir es ja auch nicht nur noch machen. Mal gucken, was auch noch so ist. Weil da ist ja offensichtlich noch irgendwas. Der Schlangenweg oder so. Oh. Wir rutschen. Oh. Das sieht ja geil aus. Oh. Upsala. Malcolm. Doch, damit haben wir den auch noch. Sepp. Wir kommen jetzt hier wieder weg. Die kommen wir jetzt hier am besten wieder weg. Nur rüber. Nee, nur rüber. Oh, das war knapp. Oh, nein. Okay, Horn ist so gut. Ist so gut, Horn. So, ihr Lieben. Ihr hört den Hornkrieg. Ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen hier so einen kleinen, gemütigen, kurzen Break. Ich bedanke mich bei euch, wie man fürs Zusehen aufhört und so weiter. Ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumenlein da. Kommentar und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Euer Blaufuchs. Das Spyro.